Na komm, Alter. Komm her. Was jetzt natürlich saublöd wäre, fällt mir gerade mal ein, da hab ich nicht dran gedacht. Äh, wenn wir jetzt sterben sollten, ne? Und ein bisschen weiter sterben sollten, eben drin und so. Wie kommen wir an unsere Ausrüstung wieder ran? Also ich brauch ja hier ein bisschen Equipment. Ach Gott, na toll. Aha, okay. Schön. Ja, Spawnpoint gesetzt, ich weiß. Wisst ihr was, wir sterben einfach nicht. Das wird das Einfachste sein. Wir sterben einfach nicht und dann ist jeder glücklich. Und ich kann gerade schon mal in die Truhe irgendwas reinpacken, was wir nicht brauchen. Kaktus brauchen wir nicht, das Ekelzeug brauchen wir nicht. Klipper könnten wir noch gebrauchen. Eicheln brauchen wir nicht. Wenn jetzt einer lacht wegen Eicheln, ohne Scheiß. Das brauchen wir auch nicht. Wasserblatt ebenfalls nicht. Ansonsten den Rest können wir behalten. Komm, die eine kommt hier rein. Was ist das? Zeigt die Position von Feinden. Brauchen wir nicht. Licht brauchen wir auch nicht. Das Bewegungstempo, was ist das? Erhöht Abwehr. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eisenhautdrank. Klipper. Tun wir mal ein paar weg. Sag mal. So, ihr dürft rein. Ja, das war gut. Schön alle hier, ne? Spawnen lassen. Spawnen lassen. Spawnen vor allem. Okay, das kann jetzt noch einen Moment dauern. Huch. Ach, so funktioniert das auch. Schön. Ah, perfekt. Ja, gut. Der Enterhaken klappt. Zwölf Uhr. Zwölf Uhr. Ich könnte eigentlich gerade mal, ne? Naja. Geh mir hier hinten raus. Spawnpoint ist ja gesetzt. Hier ist das Schimmelkacke. Kurz, dann, äh. Gehen wir nochmal hier rein. Lassen euch rein. Kommt her. Bam, Alter. Ah, ich will diesen Pimmelspawnpoint net als setzen. Verfickt nochmal. Mensch. So, wie schaut's aus. Können wir jetzt langsam mal. Denn. Ich seh's schon kommen. Ich seh's wirklich schon kommen. Ich seh uns. Ich seh's schon tot. Das ist, äh. Ich guck' ich gerade mal, was passiert, wenn ich einen nehme. Ja, okay. Ich kann dann doch noch Tränke nehmen. Perfekt. Kommt her. Ja, natürlich. Komm, ich hau' ich mit dem Hammer kaputt. Boah. Fettsack. Fettsack, wie. So, wie lange noch? Ah, viel zu lange. Ich glaub', jetzt noch zwei Minuten warten. Können wir doch eigentlich gerade mal testen. Hier, komm. Ja. Den lassen wir, den machen wir mal platt. Hier, du bist doch ein Maxi-Fresser, wa? Ja. Ah, ein Mini-Fresser kommt gleich noch dazu. Ich da auch noch auf die Fresse. Komm her. Komm her. Zick, zack, peff, pum, kaputt. Also, langsam. Mann, 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 Mann. Was haben wir denn jetzt? Wir haben hier, was wir erhöht, Bewegungstempo, vier Minuten Dauer. Okay. So einen Unsichtbarkeitstrank haben wir doch bestimmt auch schon, ne? Den könnten wir nämlich mal gebrauchen. Können wir doch gerade mal gucken, ob wir den machen können. Ob's das überhaupt gibt. So, wo sind sie denn? Ne, die Tränke sind... Hey, glaubst du's denn? Ich komm mit der Steuerung noch nicht klar. Unglaublich. Was haben wir denn hier? Wiederbelegungstrank. Beleb... Was? Beleb... Ah, ich verstehe. Beleb... Ah! Ehrlich jetzt? Beleb wieder. Das heißt... Ah, ja, 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 ja. Gut. Das ist schon mal prima. Flinkheitstrank. Seht ihr mal, ich hätte schon längst nach den Tränken mal gucken sollen. Zeitfundort von Schätzen und Ärzten. Das ist auch gut. Was brauchen wir dafür? Das haben wir alles nicht. Zumindest nicht hier. Unsichtbarkeitstrank. Sag ich doch. Zwei Minuten. Wir brauchen Wasser. Okay. Und dann, was ist das hier? Leuchtwurzel. Okay, aber dieser Wiederbelegungstrank scheint mir... Das ist doch das, was ich glaube, gell? Pilz haben wir jetzt gar kein Problem. Tageswürfel haben wir drüben auch noch. Und ein Fleckchen Wasser. Gut, wunderbar. Gut, 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 gut. Dann, äh, weiß ich, was wir, wie wir das als nächstes machen, denn, äh, mir ist das ein bisschen zu unsicher. Ich hole drüben, von drüben hole ich nochmal so ein bisschen Wiederbelegungszeug, ne? Und dann ein bisschen Equipment. Und sich per Katz rank, falls wir es mal verkacken sollten. Oder gehen wir direkt weiter. Kommt wieder durch. Ah. Perfekt. Naha, komm schon. Oder gehen wir einfach mal da rein. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir könnten ja im schlimmsten Fall... Ähm, im schlimmsten Fall, äh... Lass mal gucken, hab ich noch... Ne, natürlich hab ich kein... Achso. Im schlimmsten Fall... Den Enterhaken. Komm hier rüber. Das ist halt die Frage, ne? Gehen wir jetzt rein und testen das. Ich möcht's aber gern ungern testen. Komm, du darfst durch. Ja, das machen wir auch. Wir gehen auch nochmal zurück. Wir holen uns einen Wiederbelegungsdrang, so Zeug. Dann, äh... Die Tränke auf jeden Fall. Ich guck nochmal genau, was wir brauchen. Was für Tränke brauchen wir? Nochmal ganz sicher zu gehen. Wir brauchen... Ups. Äh... Wiederbelegungsdrang brauchen wir. Tagesblumen und den Scheiß. Flinkheitstrang brauchen wir nicht. Aber dann noch den... Höhlenforscherdrang ist auch nicht schlecht. Äh... Unsichtbarkeitstrang. Das ist auch gut. Unsichtbarkeitstrang. Das haben wir alles, ne? Hier. Unsichtbarkeitstrang, das haben wir bestimmt Mondglanz. Keine Ahnung. Scheiße. Aber Wiederbelegungsdrang brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und in dem Sinne hauen wir jetzt auch ab. Wir gehen raus. Wir gehen raus und... Töten alle. Da haben wir nämlich ein bisschen Zeit gespart. Huch. Ja klar, kommt her. So, das hätten wir. Was ist das? Silber? Wunderbar. Können wir gerade ins Sparschwein bringen. So, komm her. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Glas. Sollten wir nicht böse. Das machen wir nochmal ganz kurz. Aber, das Witzige ist, wir können dann ja gleich, wenn wir drüben waren, mit dem Spiegel wieder zurück. Ne? Also, ist das gar nicht so blöd. Hier, den Pilz nehmen wir gerade mal mit. Den können wir gebrauchen. Ist das eine Fackel? Warum habe ich noch eine Fackel? Ach ja, natürlich. Na, dieser Scheiß-Pissgeier hier als... So, sehr gut. Ja, kommt schon wieder der nächste Geier. Pilze nehmen wir mal alle mit. Können wir gebrauchen. Ist das... Ja, wunderbar. Tagesblume hätten wir schon. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ein Glas und ein Wasser. Komm her. Perfekt. Was ist das hier? Nichts. Na gut. Gehen wir mal weiter. Komm schneller. Ah nein, jetzt darf ich mir da noch so ein Ding hinbauen, oder was? Ja. Shit. Macht ja nichts. Komm her. Scheiß auf den Geier. So, wie gesagt, Equipment nehmen wir mit. Ein altes Equipment, falls wir mal verrecken sollten. Ein Glas, Wasser und Scheiße. Äh, Scheiße nicht. Ah. Du bist ja alt, wenn du da die ganze Zeit hin und her laufen musst. Ich habe doch keine Zeit. Mensch. Was ist hier? Du Ameisenbär. Ameisenlöwen, Kiefer. Aha. Können wir bestimmt wieder was Neues machen. Bäm. Ins Gesicht. So. Komm, die Pilze nehmen wir mit. Was ist das? Die Sonnenblumen, oder was? Ne, lassen wir mal hier. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ja, wie ihr merkt, nehme ich auch noch mit lizenzfreier Musik auf. Das wird sich aber ändern. Ich werde mir wahrscheinlich eine Compilation bald legal runterladen. Und dann werde ich das als, äh, Nebensound laufen lassen. Damit es ein bisschen mal was anderes ist. Weil, ich sag mal, es ist halt, ne, die ganze Zeit das gleiche hören. Ich meine, gut, ihr liebt ja meine Stimme, deswegen hört ihr mir ja auch zu. Aber man möchte ja auch mal andere Musik hören als das hier. Ne? Dö, 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 dö. Huch. So, jetzt haben wir es doch gleich schon geschafft. Huch. Ah. Ja, ja, hier, Schleim, hau du ab. Geh zu Mama. Äh. So, gut, dass ich das ja hier alles so verbaut hab. Wo glaubst du das denn? Dann wächst da Gras. Äh, da wo Gras mitnehmen. Wo? Da wo Hü... Hügel wachsen, mäht auch Gras. Ja, komm, scheiß drauf. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Äh, äh. Ja, wunderbare Pilze. Eigentlich möchte ich mir keinen Pilz einfangen, aber hier ist es gerade gar nicht so schlecht. So. Ui, das war ein guter Sprung. Hier einmal hoch, zack. Ja, wir sind da. Perfekt. Grüß dich, Kumpel. So, dann bringen wir erstmal unser Rotzgeld zurück. Also einmal hier zumachen. Äh, dann. Was brauchen wir? Wir brauchen Water. Wir brauchen Water und dafür brauchen wir erst einmal etwas ganz anderes. Und zwar, das nicht. Wir brauchen... Liegt mich doch am Arsch. Was sind denn unsere Gläser? Hier. Nehmen wir mal sechs mit. Was ist das denn? Aha. Okay, guck ich nachher mal. Eine Tagesblumensaat, die knallen wir gerade mal. Knallen wir gerade mal auf den Boden. Komm her. Naja, komm her. Perfekt. Das hätten wir dann. Holen wir uns gerade mal Wasser. Was brauchen wir noch? Wasser, Equipment. Ja, bald hätten wir es. Äh. Warte mal. Wie? Das ist... Ach. Wie zum Teufel kriege ich... Du willst mich jetzt verarschen, ne? Wie kann platziert werden? Du willst mich jetzt verarschen, ne? Wie kriege ich denn da jetzt Wasser rein? Willst du mich jetzt... Du willst mich... Du willst mich jetzt verarschen. Wie kriege ich denn da Wasser rein? Dann bin ich bescheuert. Ich gehe kaputt. Ich gehe... Ich gehe bei dem Spiel ebenfalls kaputt. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Scheiße. Wie? Das ist jetzt ein beschissener Witz, wa? Ich habe da eine Wasserquelle. Ich habe hier pupsiges Wasser, ne? Ich brauche... Ja, wohin platziert? Dahin. Ich raste gleich aus. Soll ich es auf den Tisch stellen? Toll. Das ist jetzt ein Witz, ne? Okay. Pass auf. Pass auf. Wir machen das anders. Wir machen das jetzt ganz anders. Wo ist denn hier mal eine Schüssel? Kann platziert werden. Schüssel brauche ich nicht. Ich brauche einen Eimer. Muss ich mir jetzt wirklich einen Eimer craften, damit ich da Wasser kriege? Oder was? Das ist ein Witz, ne? Das ist jetzt ein Witz. Leerer Eimer. Du verarschst mich, ne? Ich probiere das jetzt mal. Probier das jetzt mal. Komm her. Gib mir Eisen. Gib mir Eisen. Ich bin noch im Zeitdruck, Mensch. Mann. Ist doch scheiße hier. Äh. Ja, komm, hier. Jetzt brauche ich doch noch einen Amboss. Also langsam. Ich sehe das. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Komm her. Gib mir den Eimer. Was ist denn das? Steckt dir das Ding in die Hand? Mensch. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass wenn ich jetzt da hingehe, ne? Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass wenn ich mir das jetzt hier in die Idee nehme. Klatsch. Ja. Jetzt. Ich habe die Flasche kaputt gemacht, oder was? Ehrlich jetzt? Warte mal. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Nee. Nee, ich kann hier. Alter. Ich raste gleich aus. Wie kriege ich denn da Wasser rein? Willst du mich verarschen? Oder bin ich zu blöd? So. Wasser. Ne? Ne? Ich bin manchmal hell wie zwei Kästen dunkel. Manchmal frage ich mich echt, was mit mir los ist. Also manchmal frage ich mich wirklich, was ist in meinem Kopf falsch? Was, was, was läuft da nicht richtig? Ich muss jetzt nicht hier hin, ne? So. Musst du... Was brauche ich denn dafür, ne? Ich brauche... Ach, ich habe keine Tagesblumensaat mehr. Genau. Da war ja was. Ist das ein Terror? Glaubst du es denn? Ist das ein Terror? So, wo ist denn die Blumen-Tagessaat? Hier. Drei Stück. Wunderbar. Kann ich gebrauchen. Einmal hier. So. Was brauche ich da noch? Ich brauche Equipment. Ich brauche hier das Netz. Da habe ich alles. So. Dann brauche ich hier ein Schwert. Sicherheitshalber. Dann brauche ich... eine gute Spitzhacke. Sicherheitshalber. Was brauche ich noch? Eine Rüstung. Sicherheitshalber. Dann brauche ich noch Beinschoner. Sicherheitshalber. Dann brauche ich noch... Fesselwild. Sicherheitshalber. Was brauche ich da noch? Hier. Das Scheißding. Sicherheitshalber. So. Und jetzt haben wir alles, ne? Ich glaube schon. So. Lass mal nochmal kurz gucken. Dann kann ich doch mal gerade wieder was wegpacken. Fett. Also irgendwann. Ne? Komm. Ich bringe dahin das alles. Das nehme ich aber nochmal mit. Beziehungsweise hier hin. So. Was ist hier? Das brauche ich noch alles. Teilweise. Was brauche ich denn nicht? Ameisenbärenkäfer. Ameisenbärenkäfer. Ja. Ist klar. Das kann weg. Mann. Pilze haben wir. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Das ist so. Scheiße. Nein. Was haben wir doch nicht wegwerfen? Da rein. Dann hätten wir alles, ne? Ja. Wir hätten jetzt alles. Dann kann ich das nämlich in die Truhe packen. Dann. Mach ich uns mal fix. Fix. Ne Flasche. Was brauche ich denn? Äh. Bogen. Bogenschießdrank. Natürlich. Was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Eisenhautdrank haben wir. Höhlenforscherdrank. Gold. Wäre auch gar nicht so verkehrt. Mach ich mal hier zwei Stück nochmal. Wiederbeschaffungs-Wiederbelebungsdrank. Was brauche ich jetzt hier nochmal? Ich brauche hier. Höhlenforscherdrank. Fünf Minuten. Was ist das? Unsichtbarkeit. Wäre auch nicht schlecht. Habe ich doch bestimmt auch oben. War ich nochmal Unsichtbarkeit? Wobei Unsichtbarkeit... Doch Unsichtbarkeit ist gar nicht so schlecht. Sicherheitshalber. Alles sicherheitshalber. So was brauche ich denn dafür? Einmal... Oh. Eins. Gut. Muss ich mich jetzt entscheiden gleich, ja? Muss ich mich verarschen? Habe ich jetzt dieses Leuchtzeug nicht mehr? Doch hier. Das reicht. Dann schauen wir mal. Ach, ich baue noch ein Glas. Ich baue noch ein Glas. Wo? Leck mich doch an meinem Arsch. So. Glas. Ja, genau. Ein Glas brauche ich noch. Hier, wir haben jetzt drei Uhr. Mann. Glaubst du es denn? Kann ich die Nacht nochmal hier verbringen? Ach, scheiß drauf. So. Also. Echt. Langsam. Da. Mann, Mann, Mann. Mann. So. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Nachtohlendrang, brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Unsichtbarkeitsdrang exakt. Und was wollte ich noch? Ich wollte doch diesen hier. Wo ist er denn? Höhlenforscherdrang. Was fehlt mir denn da? Gold! Mir fehlt ein Goldnugget. Wette nicht, ich habe jetzt keine Goldnuggets mehr. Doch! Eins habe ich noch. Wollte ich gerade mal gucken. So. Ja, das ist jetzt blöd. Höhlenforscherdrang oder Unsichtbarkeit. Macht unsichtbar und zeigt nur einen Fondort von Schätzen und Erzen. Scheiß drauf. Nehmen wir den. Das ist das Wiederbelebungstrang. Nehmen wir auch nochmal einen. Gut. Das hätten wir. Wunderbar. Dann hätten wir das ja schon mal. Wunderbar. Das ist ja richtig Titte. Jetzt. Gut. Gut, 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 meine lieben Leute. Dann mache ich hier erstmal die Schotten dicht. Mache die Schotten dicht. Genau. Ach hier. Ich räume hier nochmal kurz auf. Das kommt weg. Ja, das kommt alles rüber. Das räumen wir gleich rüber. Was ist das denn? Hier, das Wasserblatt kommt auch nochmal weg. Brauchen wir jetzt nicht. So, und dann. Ne, das war falsch. Ich muss hier unbedingt mal mehr Kisten machen. Weg. Dann noch das weg. Ja, hier rein. Mondsaat war das ja geil. Cool. Gut, dann brauche ich. Komm, das behalten wir mal. Man weiß ja nie. Pilze. Brauche ich nicht. Scheiß drauf. Dann gucke ich mal ganz kurz, was ich nochmal noch craften kann. Weil wir haben ja dieses Monddings da gekriegt. Vielleicht geht damit ja irgendwas. Aber ich glaube nicht. Nicht soweit ich gerade was sehen kann. Ne. Vielleicht ein Zaubertrank. Ne, auch nichts. Was ist das denn? Hier, blaues Banner. Brauchen wir alles nicht. Leder. Leder! Willst du mich verarschen? Machen wir mal Leder. Ich will mal sehen, was ich mit Leder machen kann. Dann brauchen wir eine Werkbank. Wo ist die Werkbank? Da hinten. Was können wir denn mit Leder machen jetzt? So, was kann ich jetzt mit Leder machen? Nix. 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 Oder was? Ja, bestimmt hier bei der Ausrüstung. Ja, sag ich doch. Archäolo. Jo. Jo. Sagt nix. Mode-Item. Okay. Das ist ja natürlich cool. Super. Nicht schlecht. Ne Robbe. Wir könnten mal ne Robbe bauen, hä? Machen wir auch gerade mal. Was brauchen wir denn dafür? 30 Seide. Ehrlich? 30 Seide? Krass. Gucken wir mal. Wie viel wir haben. Das kommt drüber. Dann. Was ist das? Oder was? Ehrlich? Habe ich nicht noch mehr? Ich habe doch hier noch mehr, ne? Ja. Wollte schon sagen. Spinnnetze. Ah ja, Spinnnetze. Genau. Dann brauchen wir noch Topas. Wollen wir gleich. Hier ist keine Seide. Gut. Dann. Wo ist der Webstuhl? Ne. Wir holen uns erstmal diese Topas. Dann möchte ich mal gucken. Ich möchte uns noch ein bisschen einkleiden. Könnte nicht verkehrt sein. Ja. Das sieht doch. Braucht das? Ja. Tatsache. Gut. Dann gebt mir drei Rubine. Was ist denn jetzt los? Dann kommt ja die Musik so anders. So. Machen wir mal hier die Schotte dicht. Hier die Schotte dicht. Du kommst rein. Ich mache die Schotte dicht. Ihr seid ungebeten. Ja. Ihr seid ungebeten. Dann gucken wir mal kurz. Äh. Seide. Krass. Wie viele Seide habe ich jetzt? Ha. Genau 30. Wofür haben wir denn Seide gebraucht? Für ein Bett, ne? Ja komm. Ich will trotzdem mal eine Robe machen. Mein Mann gönnt sich ja sonst nichts. Brauche ich denn jetzt einen Webstuhl? Wo ist er denn? Hier. Komm. Gib mir die Robe. Kann ich jetzt damit machen? Ich sehe aus. Ich sehe aus. Wie geil ist das denn? Cool. Ja das behalte ich so. Ha. Das sieht so scheiße aus. Irgendwie hat mich das jetzt nicht befriedigt ehrlich gesagt. Aber so überhaupt nicht. Was kann die Robe denn jetzt? Achso. Ja dann. Zeig mal. Mode-Item. Ich sehe aus. Ehrlich. Ich sehe aus. Gut. Hier. Jungs, Mädels. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Und dann geht es gleich direkt weiter. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Gut.